Hallo, ich bin in der Jugendberufsagentur in Mitte. Heute ist der Tag der offenen Tür in allen Jugendberufsagenturen in Berlin und es ist ein wirklich tolles Angebot, was hier Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren erhalten können, nämlich ein One-Stop-Shop sozusagen, Beratung des Jobcenters, des Bezirksamtes Jugendhilfe, aber auch Berufsorientierung über die Berufsschulen. Und ich finde es großartig, was hier alles so geboten wird. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass Jugendliche eine Orientierung bekommen, damit wir auch von der immer noch recht hohen Jugendarbeitslosigkeit, immerhin von 7,7 Prozent in Berlin, damit am vierthöchsten im Ländervergleich, runterkommen. Denn ganz klar, arbeitslose Jugendliche können natürlich die Langzeitarbeitslosen von morgen sein und deswegen müssen wir ganz besondere Anstrengungen in Berlin vollbringen, damit Jugendliche erst gar nicht arbeitslos werden, sondern ihre Chance bekommen auf dem Berliner Arbeitsmarkt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.